Man hat so das Gefühl, so was Minecraft sind die meisten Leute so unkreativ, was Namen angeht. So und damit herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode. Yo, was geht ab? Wir heute wieder am Ragen. Oder auch nicht. Oder wie? Oder was? Hallo. Ich bin am Tobi achsen. Also ich versuche nur Tobi die ganze Zeit zu achsen. Ich wohne so unmäßig. Also umgedreht halt. So scheiß drauf wer gewinnt. Hauptsache wir achsen uns die ganze Zeit. Das ist halt schon das Wichtigste in den ganzen Spielmodus. Ah, Alter. Jesus fucking Christ. Immer auf der Suche. What the fuck was dies? Als ob der eine schon acht hat. Hallo. Oh no. Da wurde es aber weggesnaped. Ohhhh. Ganz plötzlich dieser Axt kill. Ah fuck, ich wollte gerade den Primi töten. Nooo, wer hat mich denn ge... Ich war gerade dabei den Primi zu töten. Mit der Axt. Oh no. Oh, hallo. Oh, wahrscheinlich eine gleiche Stelle. Alter. Hast du gedacht? Alter, richtige Killing Spree hier. So, hör dir mal. Und jetzt wurde ich die Axtenplatz weg jetzt. Wow. Ah. Ach, hast mich auch mal gefunden. Ich wusste schon, wo du stehst, aber da hinten... Eieieieieieiei. Oh, ich wollte dich doch gerade killen. Ich bin aber schon wieder geaxtet, ne? Ah, der liegt ne Axt. Der ist noch nicht da. Ah, Alter. Oh, da hätte ich dir getroffen, wäre der Godlike gewesen. Aber der wäre knapp daneben. Scheiß Spawnschutz, Mann! Ne, ich war so... Ich spiel ganz so scheiße in die Runde, ne? Die Runde davor hab ich übrigens gewonnen, die wir aber nicht aufgenommen haben. Mit Grund. Als ob, Alter, what the fuck? Das war schnell. Ja, bis gleich in der zweiten Runde. Eieieieiei. Oder... Jabol. Jabol. Okay, Jabol geht vielleicht noch. Ah, du Wichser. Der voreilige Achievement bekommen. Naja, Leute. Willkommen zurück in der zweiten Runde. Mal schauen, wie es jetzt verläuft. Ähm... Oh, lol! Toll! Schade, eigentlich hab ich das schon wieder wachsen. Aber nee... Oh, Gott. Viel zu lange gewartet gerade. Nee, nee, nee. NEIN! Easy, easy. Wie hast du die denn gesitest? Easy. Alter, was ist das für ein Boss Fam? What the fuck? Jonas... Boss Fam ist sein Lifestyle gewesen? Er steht da immer noch, Alter! What the fuck? Hat er auch geklappt, oder was? Ja. Das ist ja fucking Jonas, Alter. Man, ich mag dich killen. Muss ich halt die anderen achsen. Okay. Doi. Was ist das? Ah, das ist der Boss Famer. Okay. Den hab ich! Geaxtet! In die Fresse! Wunderschön! Elegant! Fuck, ich muss mal kurz zu... Hinter dir! Ja. Die ganze Zeit gerade so offen. Hey, jetzt reicht's aber mal. Wie oft werde ich gerade geaxtet? Zwei Kills, Alter. Ich hab locker schon zehn Kills gemacht, Alter. No! Ich hätt' dich auch noch maxen können, aber das wär' hart assi gewesen. No... Das ist ein Jucken bei zwei Kills. Hey! Es reicht's mal, Alter! Eigentlich... Jungen! Was ist das? Ich werd' nur gesparten, Alter! Ei, der Fresse. Ich brauch' jetzt irgend so'n Camperplatz vorhin. Also, ich muss mich ruhig kurz aufhol', Alter. Kann es ja nicht sein, hier. Wie der Axt auf irgendjemand drauf springt, ist so ein gutes Gefühl. Alter, ich weiß nicht, ich gerade würde das nicht mehr haben. Nein! Es geht ab, Alter. Und steht auf. Teil 3. Tötet mal den Dinger oder Axtet mal den, äh, Ignor Fischer. Ja, wo ist denn der? Gute Frage. Ich wurde gerade noch mal geaxtet, Alter. Fuck, Alter, ich bin so schlecht hier unten, das geht so. Da war er gerade. Nein, 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 nein. Ich werde von solchen Low-Bops gekillt gerade jetzt nicht, wenn er war. Ich habe ihn nicht gekocht mit der Axt. Shit. Jesus. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn nicht gekocht. Ja, ich habe ihn nicht gesprochen. Ja, bleibe unten. Ach, Alter, ich weiße mal. Ich habe noch schön getan gerade. Da ist schon wieder nichts los, wenn ich mal in der Mitte bin, sonst immer Hardcore-Entschuld. Lächerlich, Alter, als ob er erst mich getrocknet hat. Wo bist du denn noch? Ich fiss dich doch. Minium, was soll das denn? Das ist mir schon ein. Oh Mann, schon wieder ge- Alter, ich komm nicht mal auf 10 kills, keine. Shit. Komm schon. Was für Angst da, Alter. Wunderschön. Das ist ein Wichser, Mann. Ich könnte die Runde für uns gewinnen, aber nein. Ich hab keine Axt mehr dazu. Fuck. Ja, das war klar, weißt du. Hättest du mich nicht killen lassen, hätte ich gewinnen können. Ja, genau, Alter. So mit Lappen. Hättest du mich geaxtet. Das war, das war OneRangeMode. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir merken, das Video kommt in 2 Stunden. Ja, das wird wahrscheinlich ein kurzes Video, sonst muss ich es eh verändern. Bis zum nächsten Video, was am Mittag kommt. Like da lassen, Abo nicht vergessen. Und... Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.